Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Wohnung befindet sich im Kreis Meilen-Koblenz. Die Wohnung wurde 1994 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 60 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 430 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Schlafzimmer Schlafzimmer